Oh Gott, mein Kopf! Oh, Scheiße, warum habe ich so eine schlechte Hände? Was? Was hat die Message wieder gesagt? Von dem Camp, über den Krater. Janus kann nicht weit weg sein. Na dann, weiter geht's. Glubber Blase. Voll Blase. Ui, da habe ich mich ein bisschen erschreckt. Schafft, freigeschaltet, ein Spiel von der Bugs. Ja, sehr gut. Sehr viele Bugs hier. Sehr viele Käfer. Alles voller Käfer. Oha, die ist schon wieder. Äh, ich weiß nicht, wie weitergehen so eine gute Idee ist. Oh, vielleicht die weiseste Idee. Schade, Rini! Was ist falsch? Ich muss zurückgehen. Nein, war schon fast da. Aber Weidi ist wichtiger. Natürlich. Würde ich auch nie was anderes sagen. Noah? Ach, jetzt erleben wir, was in der Zwischenzeit passiert ist. Alles klar. Oha. 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 Und ich bin die Königin. Was ist drin? Oha. Oha. Die Mütze, die Klauensmütze. Ok, folgendwann. Ne, zurück zum Mundigbaum wollen wir nicht. Weg auf mit uns. 1-2-2-Dichbaum. Irgendwohin. Ok, was sollen wir tun? Spott. Hm. Hm. Sie schläft ja noch. Das ging mal nicht. Ich wünsche, dass es eine Statue auf der Queen war. Ich will wissen, was sie aussieht. Vielleicht ist es die Queen, wenn sie klein war. Wenn ich weggehe, möchte ich auch eine Queen sein. Aber eine Nacht. Aha. Jetzt sollen wir sie noch machen. Und die Kiste fassen können wir. Oh. Da gibt es noch mehr als den Hut. Oh. 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 Sie dann. Let's go. Da soll ich mal selbst dran ziehen. Oh. Weitere Spielzeuge. Oh. Sie schlitten in eine Flur-Gun. All the way down there. Oha. Ok. Das ist das was passiert ist. Ha. Geschossen. Aber ich... Was ist passiert? Nichts. Das ist eine falsche Anarchie. Es hat sich selbst verletzt. Ich wollte nicht. Aber ich... Du hast Janus? Nein. Aber ich habe den Krater und seine Zirn in den Räumen und den Räumen. Dann bist du richtig. Los geht. Wir gehen. Wir gehen jetzt. Aber es gab auch einen Seher. Wir müssen es rausnehmen. Ich weiß, wie. Wir können es irgendwie schlafen. Ich habe eine bessere Idee. Warum nicht? Das ist sicherlich eine Option. Ich habe keine Idee. Kannst du mich hören? Nein. Nein. Hallöchen hier unten. Äh ja. Das muss ich noch ein bisschen üben. Sie verstehen. Sie verstehen es. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Ich habe eine Rüge. Ich habe eine Rüge. Ich habe keine kleine Alterationen in den sehr Fähigkeiten. Sie brauchen keine Zeit. Sie brauchen eine Zeit. Sie sind blind, oder? Oh. Ich bin sicher. Ich bin sicher, dass die Sequenz nicht mich bemerkt hat. Komm mal, Spart. Du bist frei, Janus. Jetzt gehen wir ohne die los. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wenn wir alleine jetzt losgehen. Das zahlt sich für nicht so eine gute Idee. Und wie ihn jetzt alleine losgeht. Jetzt müssen wir das richtig normal machen, oder was? Die Tür kriegen wir alleine auf, oder was? Ah, wir können hier durch. Sekunde. Tun wir nicht hier durch. Ach Mensch. Ein Riss. Da kommt es nicht ran. Die Ruine. Hm, vielleicht geht Spock mal was hin. Die Pilze zu gießen. Aha. Ja. Das ist eine sehr gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Sparkling. Spiel nicht, was zu gehen. Kann man hier rausbringen? Das ist eine sehr gute Idee. Und wie das andere ist? Aber was? Du hast hier nicht gedreht? Hey, das wird nur noch mal. Und nun? Wir kommen vielleicht da durch. Können wir vielleicht platt machen oder durchschieben? Durch den Riss. Ja, dachte ich mir schon. So, der schmale Spitz kann doch bestimmt nicht. Oh. Oh. There must be a better way. It's creepy. Aha. Das machen wir im Tier Spot. Gesundheit. Hm. Du bist da wirklich nicht zwischen. Oh. Es hat Pilze gegessen. Ja, jetzt kommen wir da durch. Okay, jetzt gehen wir in die Drogenkammer. Nein, nein. Oh, wo sind die Drogen? Oh, wo sind die Drogen? Oh, wo soll die Drogen hochkommen? Oh, wo soll die Drogen hochkommen? Oh. Ah, Spot kommt nicht mit. Sehr toll. Ah, sehr toll. Aha. Okay, man ist vielleicht wieder hin. Bow down to the banjo queen. La 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 la. Okay, und wie kommen wir jetzt hier durch? Mit dem Spot können wir jetzt nichts machen, oder was? Von draußen was machen, um den Stein zu bewegen, dass die Stadion verschwindet und es nicht mehr so gegossen wird. Das Spot wird anscheinend nicht mit reinkommen. Hm, aber irgendwas ist passiert. Okay, wir sind wieder rein. Ja, ich glaube das bringt es nicht. Und wir müssen mal Spots dazu bekommen. Okay, mit dem Riss können wir nichts tun. Hm, Lobblätter. Aha, ich kann ein paar Blätter zu sich nehmen. Das ist ja schön. Und die nehmen wir dann auch nochmal. Hui. Aha. Ist da was drin oder? Okay, das geht nicht. Können wir was, was hier irgendwie los werden oder? Tja, Spotty, was machen wir mit dir? Was tun wir. Bisschen Wasser nehmen. Das Wasser einfach pumpen Stück für Stück. Das ist ja gut. Das sind ja viel gemacht. Ketten und Nass spritzen. Ketten und Nass spritzen. Aha. Aha. Und dann großziehen und dann... Ah, sehr schön. Und nun... Und nun... Und den Fensterlern hochheben. Okay, jetzt läuft hier kein Wasser, meine Hand. Jetzt müssen wir nur noch die andere Blume nach oben bringen. Ah, Spot kommt wieder mit. Ich kann da sich dann als Kugel dranhängen und dann... Das wäre eine Idee. Okay. Oh, okay. Jetzt bitte helfen. Ich muss jetzt helfen. Ich muss jetzt einfach da durchkommen. Hm. Ich weiß nicht, du kannst das nicht. Ich weiß nicht, du kannst das nicht öffnen. Ich weiß nicht, du kannst das nicht öffnen. Oh, ja. Okay, das ist gut. Sehr gut. So, durch hier. Dann können wir das Spot da oben... So ist der Plan. Können wir das Spot da oben hinhängen. Wahrscheinlich über die Kette da rüber. Ui, oder so. Und so geht es natürlich auch. Aha, Musikinstrumente verschwinden. Und das machen wir mit dir. Er schließt die Pollen drüber. Wie haben wir die denn jetzt? Wie haben wir die hier? Okay, wie haben wir die geöffnet? Hm. Nicht von Anfang an. Nee, die hier. Das verliefst ja andere Sachen. Hm. Okay, wir machen jetzt, ich stelle mal fest, wir machen alles rückgängig. Und wenn dann, wenn dein Ohr noch dazu kommt, dann muss alles wieder von vorne machen. Hm. Spot kannst du vielleicht irgendwas anrichten? Okay, muss ich spüren. Hm. So, wie kriegen wir die letzte Blume jetzt weg? Okay. Ticken wir da nochmal hoch. Aber was bringt es uns? Wenn wir da oben sind. Moment. Das rausschauen bringt nicht viel. Okay, Leute. Ich bin ein bisschen müde. Ich bin ein bisschen müde. Ich bin ein bisschen müde. Aber du bist jetzt zu schub. Aha. Achso. Vielleicht kommen wir ja irgendwie. Das wäre eine Idee. Wenn wir mit dem Blatt dringen. Das Licht verdunkeln. Mein Blatt Spot. Oh. Sehr schön. Okay. Dann wird es dunkel. Dann wird jetzt Schlange sterben. Okay. Nichts für runter hier. Okay. Sekunde. Ich muss mal hier. Okay. Ich muss mal hier. Dann wird es sich getroffen. Mit dem Blatt. Das ist ein bisschen frei. Ja, jetzt wird das ohne Sten. Das war wieder zu. Hm. Vom weiß. Vom weiß nicht so. Das war doch erst. Das war Angst vor dem Blatt. fall noch hier unten rum das Ich habe einen Spot gefunden, ich nehme den einfach mit. Jetzt gehen wir den einfach runter. Der kommt da rüber, die kleine Murmel. Das können wir geben. Spotify. Let's go. Oha. Äh. Anschleichen, nicht Ergon. Ergon wäre ganz blöd. Nein, nicht Spot. Fingerequenz, Spot. Können wir auch weiter gehen? Hallo, Herr Seeker. Siehst du etwas zu suchen? Warum gehen wir die Lava suchen? Aha. Wir gehen einfach ohne Spot? Oder was? Das ist ja wohl jetzt nicht die Lösung. Die Steine. Die sprechenden Steine. Ralf und Ingo. Das ist die guten Alpen. Habe ich die vermisst? Wo ist Ralf? Wo ist Ralf? Das ist die Wut warst, die legege der Böden? Der schluchte von der Wuchtung. Er hat sie nach der Peak. Oh. Also wie kann ich nach der Peak? Du musst durch die Steine gehen. Ralf sollte wissen, wie es öppet. Er ist immer so wie. Wo war das letzte Mal, dass du Ralf gesehen hast? Ich gesehen? Nein, eigentlich nicht. Er war immer hinter mir. Aber das letzte Mal, als ich ihn hörte, war, als etwas aus dem Blumen und die Erde begann. Und was hat er gesagt? Aaaaaah! Es scheint, dass er da fallen. Oh, und hier dachte ich, dass er einfach mit mir war. Stay put. Ich gehe und finde Ralf. Okay. Gut, Ingo. Die Pizmülle. Mhm. Ich glaube, ich habe hier noch mal gar nichts gehört. Ich glaube, dass alle Bedecken sind. Das Bedecken hat und woher? Die Pizmülle hat mich verletziert. Ihr solltet sich den Vergeberen verletziert. Warum macht das? Daher will erismus außen die Pizmülle. Die Pizmülle sind die Pizmülle. Quartz. Wir sind sehr nahe. Schön. Vielleicht kann ich ein bisschen ausprobieren. Er, hast du einfach ein Stück Quartz ausprobiert? Ist das schlecht? Äh, keine Angst, er wird wieder zurück. Wirklich? Ja, sicher. Warte nur ein oder 2.000 Jahre und der kleine Millimeter, die du gehst, wird wieder zurück. Ja, gut. In 2.000 Jahren wird es der Millimeter noch überrascht sein. Äh, ja. Es sind nur ein Millimeter in 2.000 Jahren, oder? Ja, sie sind wirklich Sprinter. Sehr gut. Dann... Dann können wir dem Sprinter geben. Dann können wir dem Sprinter geben. Dann können wir dem Sprinter geben. Dann können wir das Māori wieder regional даже noch bis home again. Und Kong Tucker gerne einen SchnauermMore� fucken. Dann können wegenoi mercenanceen, reparieren Sie alle beiden. Dann bitte so noch點 Ruf sch Benedict.